Hey Leute, in diesem Video erstmal wie man so einen Pfostenträger aufschrauben und somit natürlich auch so einen Pfostenanker zum Aufdübeln richtig auf Beton montieren kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall möchte ich mal so einen Holzpfosten hier auf ein Betonfundament montieren und da eignet sich so ein verstellbarer Pfostenträger wirklich optimal dafür. Das Ganze kann ich übrigens auch auf zum Beispiel Terrassenplatten befestigen. Wichtig ist nur, dass da dann nicht zu große Kräfte wie zum Beispiel einem Sichtschutzzaun die Windkräfte darauf wirken sollten. Zuerst einmal würde ich auf jeden Fall die obere Platte von unserem Pfostenträger gegen den Uhrzeigersinn schrauben, dass ich diese auch entfernen kann. Die benötigen wir zuerst einmal nicht und dann können wir uns auch schon die richtige Position von diesem heraus messen. Entweder mit einem ganz normalen Meterstab oder natürlich auch, wenn du mehrere Pfostenträger auf einmal montieren möchtest, wie in einem extra Video gezeigt, eine Richtschnur dementsprechend spannen. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir auch mal dementsprechend alle unsere vier Löcher anzeichnen. Bei Beton würde ich zum Befestigen auf jeden Fall immer solche speziellen Schwerlastanker verwenden. Dafür habe ich natürlich auch schon ein ausführliches Video auf dem Kanal und wenn du aber wie gesagt das Ganze auch auf zum Beispiel Terrassenplatten montieren möchtest und keine großen Kräfte darauf wirken, dann kannst du normalerweise auch einen einfachen Dübel und ganz normale Schrauben verwenden. Jetzt den Pfostenträger aber erst einmal entfernen und die Löcher natürlich auch dementsprechend tief genug bohren. Und wir blasen den entstandenen Bohrstab mit so einem Ausbläser mal für die optimale Stabilität noch aus. Im nächsten Schritt kann ich meinen Pfostenträger auch schon auf die gewünschte Stelle einmal drauf geben, drehe jetzt auch oben eine Platte wieder drauf, denn bevor wir das Ganze befestigen, sollten wir auf jeden Fall mal noch überprüfen, ob es natürlich auch ungefähr im Wasser liegt. Hierfür am besten einfach mal eine Wasserwaage dementsprechend hier oben, wo der Pfosten später drauf kommt, aufsetzen. Und falls es jetzt aber relativ schief bei dir sein sollte, dann können wir noch dementsprechend mit solchen Beilagscheiben, die wo wir hier unten etwas darunter liegen, zum Beispiel noch ausrichten. Bei mir schaut es jetzt aber gut aus, weswegen ich mal den oberen Teil auch wieder gegen den Uhrzeigersinn abdrehen kann und dann dementsprechend den unteren Teil mit meinen Schwerlastankern richtig befestige. Zum Festziehen der Muttern unbedingt mal in die Herstellangaben reinschauen und dann auch mit dem dementsprechenden Drehmoment und natürlich einen Drehmomentschlüssel festziehen. Der untere Teil passt also und jetzt müssen wir den oberen Teil mal noch an die Unterseite von unseren gewünschten Balken schrauben, um hierfür das Ganze relativ mittig an den Balken ansetzen und natürlich dementsprechend wieder unsere Löcher markieren. Und wir sollten das Holz am besten auf jeden Fall noch vorbohren. In meinem Fall verwende ich so eine spezielle Sechskant-Holzschraube, die könnte natürlich auch noch dementsprechend etwas länger sein und man sollte den Bohrdurchmesser dann so auswählen, dass dieser in etwa den Schraubenkern ergibt. Wichtig ist auch, man sollte etwa nur drei Viertel von der Schraubenlänge vorbohren. Als nächstes unser Unterteil wieder aufsetzen und wir können es auch schon mit den Schrauben befestigen. Zum Schluss den Pfosten dann aufsetzen und natürlich auf die gewünschte Höhe runterschrauben und je nach Modell gibt es hier unten jetzt noch eine Kontermutter, die wir natürlich auch dementsprechend kontern könnten, dass sich der Pfosten nicht mehr bewegt. Bei mir ist das aber nicht der Fall, da am Ende eh das Ganze hier oben verschraubt wird und somit dieser sich natürlich auch nicht mehr drehen lässt. Und somit haben wir auch schon so einen Pfostenträger hier richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Pfostenträger hier, einen Drehmomentschlüssel, Ausbläser oder natürlich auch so einen Schwerlastanker zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.